Die beiden Mütter Shang Feng und Yang Jie und ihre Töchter teilen sich eine Wohnung in Singapur in der Yishun Avenue. Die 41-jährige Shang Feng ist die Mutter der 17-jährigen Feng Janyu, die 36-jährige Yang Jie hat eine 15-jährige Tochter. Shang Feng ist mit ihrem Freund, dem 42-jährigen Wang Shixian zusammen, der sich auch oft in der Wohnung auffällt, aber nicht fest dort lebt. Shang und Yang sind beide mit ihren Töchtern von China nach Singapur gekommen, um ihren Töchtern dort eine bessere schulische Ausbildung zu ermöglichen. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. In der Nacht auf den 19. September 2008, gegen 1 Uhr morgens, erhält die Polizei die Meldung, dass eine Frau aus einer der Wohnungen des Apartmentgebäudes in der Yishun Avenue gefallen sei. Es kann nur noch ihr Tod festgestellt werden. Ein Nachbar beschreibt der Polizei, dass er aus einer Wohnung im sechsten Stock in den drei Stunden zuvor Streit und Schreie gehört hätte, darunter auch die Stimme eines Mannes. Außerdem hätte er Geräusche gehört, als würde jemand etwas schneiden. Als die Polizei die Wohnung im sechsten Stock unter die Lupe nimmt, finden sie einen Blutfleck an der Wohnungstür. Sie klopfen, doch erstmal öffnet niemand, obwohl die Polizei selbst bereits Geräusche aus der Wohnung gehört hat. Sie verlangen Zutritt, doch eine Männerstimme antwortet ihnen, dass er nicht aufmachen würde. So fordern die Polizisten Verstärkung an, um sich aufgrund drohender Gefahr Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Zwischendurch öffnet dann doch ein Mann die Tür. Er ist ordentlich gekleidet und erklärt der Polizei, dass er gerade ein Bad genommen hätte. Dann fragt er, was denn mitten in der Nacht geschehen sei. Der Mann ist Wang Shizie. Es ist die Wohnung von Shang und Yang, in der es an dem Abend Streit gegeben hat. Wie es sich später herausstellt, ist Yang die Frau und die aus dem sechsten Stock gefallen ist. Wang möchte die Polizei aber erstmal nicht in die Wohnung lassen. Doch die Verstärkung trifft ein und die Polizisten verschaffen sich Zutritt. Sie finden eine grauenhafte Szene vor. Die ganze Wohnung ist voller Blutflecke. Wang wird sofort festgenommen. Er leistet keinen Widerstand, doch er sagt immer wieder, die Frauen hätten ihn ausgenutzt. Shang und ihre 17-jährige Tochter befinden sich in Shangs Schlafzimmer und beide sind brutal erstochen worden. Jede von ihnen weist dutzende Stichverletzungen auf. Yangs 15-jährige Tochter befindet sich im Badezimmer, doch die Polizei stellt fest, dass sie noch lebt. Sie hat entsetzliche Verletzungen, überwiegend im Nacken-, Gesichts- und Kopfbereich. Die Polizei beginnt direkt mit ihren Ermittlungen, um festzustellen, was sich an dem Abend in der Wohnung zugetragen hat. Wang Shixian stammt aus der Provinz Tianjin in China. Im Jahr 1996 lernt er Shang über einen Arbeitskollegen kennen, doch die beiden haben zu der Zeit nur Flüchtigenkontakt. Shangs Tochter ist zu der Zeit fünf Jahre alt und Shang ist noch mit dem Vater ihrer Tochter, einem Polizisten, verheiratet. Wang selbst ist zu der Zeit ebenfalls verheiratet und hat mit seiner Frau einen Sohn. Im Jahr 2004 allerdings lässt er sich von seiner Frau scheiden. Ein Jahr später, im Jahr 2005, nimmt Shang dann plötzlich unerwartet Kontakt zu ihm auf. Sie treffen sich und Wang erzählt ihr von seiner Scheidung und wie deprimiert er seitdem ist. Shang ist zu der Zeit immer noch mit dem Polizisten verheiratet, doch sie trifft sich in den nächsten Monaten immer öfter mit Wang und beginnt eine Affäre mit ihm. Obwohl die beiden sich nun schon seit Monaten heimlich treffen und sich sogar schon seit zehn Jahren flüchtig kennen, hat Shang ihrem neuen Freund bislang verheimlicht, dass sie verheiratet und Mutter einer Tochter ist. Im Juni 2006 klärt sie Wang darüber auf. Wang hat davon tatsächlich nichts geahnt und überlegt sich, die Affäre zu beenden. Er mutmaßt, dass Shang neben ihm noch weitere Affärenpartner haben könnte. Doch Shang versucht, ihm ihre Liebe zu beweisen, indem sie in ihrem eigenen Blut aufschreibt, Zitat, Ich liebe Wang Xijian. Sofort schreibt Wang den Satz mit seinem eigenen Blut zu Ende, mit den Worten, Zitat, Und ich möchte ihn heiraten. Weiterhin schreibt er, dass er sie bis zum Tag, an dem er stirbt, lieben wird und kurze Zeit später lässt er sich ein Porträt von Shang tätowieren. Im November 2006, etwas über ein Jahr nachdem Shang und Wang ihre Affäre begonnen haben, kommt Shangs Mann der Sache auf die Spur und er selbst bestellt Wang zu sich nach Hause. Als er da ist, verlangt er, dass Shang sich für einen von ihnen entscheiden solle. Shangs Wahl fällt auf Wang. Nach ihrer Trennung bekommt Shangs Familie auch von den Geschehnissen mit und sie sind überhaupt nicht damit einverstanden, dass Shang ihren Mann verlassen hat. Sie beginnen Wang zu beschimpfen und zu nötigen und tauchen sogar an seinem Arbeitsplatz auf. Sie drohen ihm mit Schlägen und sogar mit dem Tod. Wang hat schnell genug davon. Er gibt seine Arbeit auf und erhält eine Abfindung. Er beschließt, mit dem Geld gemeinsam mit Shang ein neues Leben zu beginnen und er geht mit ihr nach Chengdu. Ihre Tochter Can Yu lässt Shang bei ihrer Familie zurück. Doch kurz darauf erreicht sie die Nachricht, dass ihr Mann einen Schlaganfall hatte und Shang kehrt nach Tianjin zurück, um sich um ihn zu kümmern. Nach vier Monaten geht es ihm besser und Shang beschließt, ihr Leben gemeinsam mit Wang weiterzuführen. Dieses Mal nimmt sie ihre Tochter mit, doch Chang Yu kommt nicht gut mit Wang klar, da sie ihn für die Trennung ihrer Eltern verantwortlich macht. Zudem wünscht sich Shang eine solide Ausbildung für ihre Tochter und so kommt sie auf die Idee, dass sie nach Singapur gehen könnten, eine Möglichkeit, die einige chinesische Eltern für eine bessere Schulbildung ihrer Kinder in Anspruch nehmen. Im Dezember 2007 beginnen Shang und Can Yu ihren Aufenthalt dort. Can Yu lebt sich schnell ein und hat viele Freunde in der Schule. Doch Shang und Wang zerstreiten sich bald, denn Wang möchte nicht, wie Shang es sich erhofft hatte, mit ihnen in Singapur leben. Wang befindet sich weiterhin in Tianjin in China. Als Shang in den Sommerferien gemeinsam mit ihrer Tochter auch dort ist, kann sie seinen Aufenthaltsort herausfinden und ihn überreden, es nochmal gemeinsam zu versuchen. Sie erklärt ihm, dass sie bereits seit ihrem ersten zufälligen Treffen im Jahr 1996 in ihn verliebt sei und deswegen auch im Jahr 2005 von sich aus wieder Kontakt zu ihm aufgenommen hätte. Im Juli kommt also auch Wang für eine Weile zu ihnen nach Singapur. Er kann nicht dauerhaft bleiben, da er immer nur ein Visum für etwa einen Monat bekommt. Inzwischen teilen Shang und Can Yu sich in Singapur eine Wohnung mit Yang Jie und ihrer 15-jährigen Tochter. Yang Jie stammt aus Shenyang in China und ist ebenfalls zu Ausbildungszwecken mit ihrer Tochter nach Singapur gekommen. Ihr Mann und ihre andere Tochter sind in China geblieben, wohin sie nach dem Schulabschluss der Tochter zurückkehren wollen. Zwischen Juli und September, also bis zum Tod der Frauen, reist Wang mehrfach zwischen Singapur und China hin und her. Doch seine Beziehung zu Shang ist inzwischen stark angespannt. Nach seiner Festnahme behauptet er, dass er von Shang regelrecht misshandelt worden sei. Obwohl er den größten Teil seiner Abfindung bereits für sie ausgegeben hat, behandelt sie ihn wie einen Dienstboten. Sie lässt ihn zum Beispiel für sich und ihre Tochter kochen, aber er darf nicht gemeinsam mit ihnen essen. Er soll die ganze Hausarbeit erledigen. Und wenn Yang Jie und ihre Tochter da sind, darf Wang Shangs Zimmer nicht verlassen, um sie nicht zu stören. Dies sind jedenfalls Wangs Angaben zur Situation in der Wohnung. Drei der vier Frauen können ja nicht mehr befragt werden. Zudem soll Shang, die kein eigenes Badezimmer neben ihrem Schlafzimmer hat, oft Plastiktüten benutzt haben, um zur Toilette zu gehen, und diese musste Wang dann entsorgen. Sobald er im Apartment gewesen ist, läuft Wang üblicherweise nur noch nackt herum. Laut seinen Angaben hat Shang das so von ihm verlangt. Darüber hinaus hätte er die Wohnung auch gar nicht verlassen dürfen. Dem widersprechen aber die Nachbarn, die sagen, dass er täglich joggen gewesen sei und auch regelmäßig mit Yang Jie, der Mitbewohnerin, unterwegs war, und zwar so oft, dass die Nachbarn eigentlich dachten, er wäre ihr Freund. Wang kehrt wieder nach China zurück und hat eigentlich keine Lust mehr, die Beziehung mit Shang weiterzuführen. Doch er hat fast alle seine Rücklagen für sie aufgebraucht und er hat ja keine Arbeit mehr, da er für sie seinen Job aufgegeben hat. Er ist enttäuscht, da er seinem Sohn aus erster Ehe, der mittlerweile 20 Jahre alt ist, nichts bieten kann. So lässt er sich erneut zu einer Rückkehr nach Singapur überreden, da Shang ihm erzählt, dass sie einen Bekannten hätte, der ihm dort einen Job beschaffen könne. Doch die Arbeitsangebote stellen sich als dubios heraus und Wang entscheidet sich dagegen, was erneut zu einem Streit mit Shang führt. Als nächstes fordert sie wieder mal Geld von ihm, das sie benötigt, um einen Schulwechsel ihrer Tochter zu finanzieren. Sie kündigt außerdem an, dass sie nach dem Schulwechsel in eine neue Wohnung in Singapur ziehen möchte, wofür sie auch seine Hilfe benötigen würde. Wang gibt ihr 7000 Yuan für den Schulwechsel, doch Shang gibt einen großen Teil des Geldes innerhalb weniger Tage für andere Dinge aus und Wang ist immer ungehaltener. Shang kauft von dem Geld unter anderem teure Krabben, die Wang zubereiten muss und die Shang dann alleine mit ihrer Tochter isst und Wang nichts abgibt. Dies geschieht am 9. September, neun Tage vor der Tat. Am 18. September, nur wenige Stunden bevor die Situation eskaliert, weigert sich Wang, ihr erneut Geld zu geben, um Krabben zu kaufen. Shang ist beleidigt. Wang versucht, ihr seine Finanzen und einige Kosten vorzurechnen, doch die Situation artet in einen Streit aus, der über eine Stunde lang geht. Beide schreien sich an. Wang erklärt beim Verhör, dass Shang ihn übel beschimpft und ihn mit vulgären Wörtern traktiert hätte. Der Ehemann von Mitbewohnerin Yang Jie, der sich ja in China auffällt, berichtet der Polizei, dass er an dem Abend einen Anruf von seiner Frau erhalten hätte. Sie erklärt ihm, dass ihre Mitbewohnerin zum wiederholten Mal einen entsetzlichen Streit mit ihrem Freund hätte und sie um ihre und die Sicherheit ihrer Tochter fürchten würde. Ihr Mann rät ihr an, sich schnellstmöglich eine andere Wohnung zu suchen. Es ist das letzte Mal, dass er mit seiner Frau telefoniert. Nach dem Streit legt Shang sich ins Bett und schläft sofort ein, als wäre nichts gewesen. Wang legt sich schließlich neben ihr ins Bett. Er hat ja in der kleinen Wohnung keinen anderen Schlafplatz, doch er ist nach dem Streit viel zu aufgewühlt, um einzuschlafen. Er läuft wieder mal nackt in der Wohnung herum, um sich zu beruhigen, als sein Blick auf die Messer in der Küche fällt. Er nimmt mehrere Messer nacheinander in die Hand und fasst den Entschluss, die ganze Sache zu beenden. Er entscheidet sich für ein Wellenschliffmesser und nimmt es mit ins Schlafzimmer. Shang schläft noch und Wang beugt sich über sie und beginnt sofort mit dem Messer auf sie einzustechen. Shang wacht auf und versucht sich zu wehren, doch Wang ist in Rage und sticht immer und immer wieder zu, insgesamt über 50 Mal. Er hört erst auf, als sich die Tür des Schlafzimmers öffnet. Dort steht Zhang Yu, Shangs Tochter, die in ihrem eigenen Zimmer geschlafen hat und von den Geräuschen aufgewacht ist. Wang schnappt sie sich, zieht sie aufs Bett ihrer Mutter und sticht nun auf sie ein, ebenfalls dutzende Male. Ab diesem Punkt unterscheiden sich Wangs Angaben deutlich von den Untersuchungsergebnissen der Polizei. Laut Wang sind nun auch Yang Jie und ihre Tochter aufgewacht. Wang hört seinen Angaben nach, wie sich ihre Zimmertür öffnet. Er drängt die beiden zurück in ihr Zimmer, doch während er auf die Tochter einsticht, kann Yang Jie aus dem Raum entkommen. Er lässt von der 15-Jährigen ab, um nach Yang Jie zu suchen. Seinen Angaben zufolge kann er sie nicht in der Wohnung finden und so kehrt er in ihr Schlafzimmer zurück, um den Angriff auf die Tochter fortzuführen. Doch sie ist laut seiner Aussage ebenfalls nicht mehr dort. Wang findet sie schließlich im Badezimmer und sticht einige weitere Male auf sie ein. Die 15-Jährige ist dennoch die Einzige, die den Vorfall überleben wird. Wangs Beschreibung nach hätte er anschließend bei einer erneuten Suche nach Yang Jie aus dem plötzlich offenstehenden Fenster geschaut und gesehen, dass sie unten vor dem Apartmentgebäude liegt. Allerdings wurde festgestellt, dass Wang für den Mord an Yang Jie und dem Mordversuch an ihrer Tochter ein anderes Messer benutzt hat, als für den Mord an Shang und Zhang Yu. Blutspuren in der Küche, die von Wang selbst stammen, da er sich bei den beiden Morden zuvor an der Hand verletzt hat, geben Aufschluss darüber, dass er sich dort nach einem anderen Messer umgesehen hat. Darüber hinaus liegt das Wellenschliffmesser noch am Tatort in Shangs Schlafzimmer. Zusätzlich ergeben die Ermittlungen, dass Wang zwischendurch die Wohnungstür abgeschlossen hat. Anschließend hat er selbst, wie auch durch seine Blutspuren nachgewiesen werden kann, die Tür zu Yang Jis Schlafzimmer geöffnet. Sie und ihre Tochter sind, wie die überlebende Tochter später auch bestätigt, von dem Lärm aufgewacht, befinden sich aber noch im Bett und überlegen, ob sie nachschauen sollen, was los ist, als Wang ins Zimmer kommt. Während er zunächst auf die Tochter einsticht, entkommt Yang Jie aus dem Zimmer. Doch entgegen seinen eigenen Angaben findet Wang sie. Er bemerkt, dass das Fenster offen steht und als er hinausschaut, sieht er, dass sie sich an der Außenfassade einen halben Meter neben dem Fenster im sechsten Stock an einem Bambusrohr festklammert. Sie hat offenbar versucht, sich dort zu verstecken, nachdem sie die Wohnungstür verschlossen vorgefunden hat. Verletzungen an ihren Fingern dienen als Nachweis dafür, dass Wang aus dem Fenster heraus versucht hat, sie mit seinem Messer zu erwischen, wobei er ihr mehrfach in die Finger schneidet und einen davon fast komplett abtrennt. Offenbar hat er Yang Jie so lange mit dem Messer in die Finger gestochen, bis sie sich nicht mehr festhalten konnte und aus dem sechsten Stock heruntergefallen ist. Yang Jie's Tochter kann den Rest des Geschehens selbst beschreiben. Als Wang in ihr Schlafzimmer zurückkehrt, ist sie noch dort und wird erneut von ihm attackiert. Er hat sie bereits zahlreiche Male in die Arme und den Oberkörper gestochen, als sie es schafft, ihn zu treten, sodass er die Balance verliert. Diesen Moment nutzt sie, um zu entkommen und sich im Badezimmer zu verbarrikadieren. Doch Wang bricht die Tür mit einer Schaufel auf, sticht ihr mehrmals in den Nacken und zerschneidet ihr Gesicht. Eins ihrer Ohren wird fast vollständig abgetrennt und sie verliert bei dem Angriff ein Auge. Als Wang von ihr ablässt, denkt er, dass sie tot ist, doch dann beginnt sie, mit sich selbst zu reden. Als Wang bemerkt, dass sie noch lebt, sticht er weitere Male auf ihren Nacken ein. Dann beginnt er, seine Flucht vorzubereiten, er versorgt seine eigenen Verletzungen, schaut zwischendurch aus der Wohnungstür auf den Flur hinaus, um nachzusehen, ob er Aufmerksamkeit erregt hat und hinterlässt dabei die Blutspuren an der Wohnungstür. Dann nimmt er ein kurzes Bad und wäscht das Blut der Opfer von sich ab. Er war ja bei der Tat nackt und er hat sich gerade frische Kleidung angezogen, als die Polizei an die Tür klopft. In seinen Verhören gibt er an, in blinder Wut gehandelt zu haben, außer Kontrolle gewesen zu sein und sich deswegen nicht an Details erinnern zu können. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass er geplant und völlig kontrolliert gehandelt hat. Ein Psychiater stellt eine Anpassungsstörung bei ihm fest, sagt aber, diese könne nicht die alleinige Ursache für die Tat sein. Vielmehr vermutet er, dass es ein Resultat der Demütigungen sei, die Shang Wang zugefügt hat. Wangs Angehörige berichten, dass er in der Vergangenheit keinerlei Anzeichen für psychische Probleme gezeigt hätte. Das Gericht gibt das Statement ab, dass, selbst wenn Wang so in Rage gewesen sei, dass er keine Kontrolle über seine Handlungen mehr gehabt hätte, diese Rage spätestens nach dem Tod von Shang hätte vorbei sein müssen. So sei er zumindest bei den Morden an Zhang Yu und Yang Jie wieder in völliger Kontrolle seiner Handlungen gewesen. Einige Nachbarn erzählen nun auch der Polizei, dass sie eigentlich dachten, dass Wang der Mann von Yang Jie gewesen sei, da sie ihn immer gemeinsam mit ihr gesehen hätten. Doch die Bekannten und Verwandten von Shang bestätigen die Beziehung der beiden. Schlussendlich wird Wang zum Tod durch Erhängen verurteilt. Sein Urteil ist noch nicht vollstreckt worden. Hat er tatsächlich alle der Frauen in Rage getötet, wie er es behauptet? Shang war ja bereits zu Bett gegangen und hatte seit über einer Stunde geschlafen. Kann man da noch von einer Affekthandlung sprechen? Was denkt ihr? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen und falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich. Bis gleich.